Herzlich Willkommen zurück zu eurer Let's Play Minecraft weiterhin hier mit Jan. Wir sind auf dem Weg nach Huse. Huse. Nach Huse. Huse. Wir möchten gerne irgendwann jetzt mal ankommen. Und hier ein bisschen Gas machen. Komm nicht hoch. Bin zu doof. Und jetzt. Ich komm nicht hoch. Bin zu doof. Ich krieg kein... Mal gucken. So, hast du was auch... Wie viele Blöcke müssen wir noch? Also wir sind schon auf dem guten Weg. Hälfte haben wir doch jetzt von den 3000, oder? Ja. Ja? Das war der Netz hier lang. Wir müssen... Geradeaus und dann noch ein Stück weiter rechts. Okay, ja. Wir machen erstmal so. Wir werden erstmal so rein. Bis wir unten sind, dann können wir gleich rechts laufen erst. Komm mal. Ah. Ist das schon wieder dunkel? Ja. Hallo? Wir haben doch gerade gepennt. Söre Nacht. Ah ne, wir haben ja Essen gemacht. Ah, okay. Ich liege. Oh ja. Das ist schon mega geil. Also das... Das war... Das wir jetzt gerade so gut durchgekommen sind hier. Und essen muss ich jetzt erstmal. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo du bist. Äh, ich bin... Ich hör dich. Da bist du. Hab dich. Hab dich gesehen. Du bist dran. Nein. Kannst mich gar nicht sehen. Kannst mich gar nicht sehen. Seh dich. Kannst du gar nicht. Bin hinter dir. Oh, musst abdrücken. Ich seh dich. Den kann man mich nicht sehen. Ja. Alle doof, außer Mutti. Ich glaube es leckt. Ich glaube es leckt. Ich glaube es leckt. Scheiße, mega leck. Mega leck. Weiter geht's. Du hast beim Baum festgehangen, Gabur. Oh. Sag nicht so. So. Ach, leck. Ich will nicht mehr. Was? Mal rennen. Rennen. Geradeaus. Geradeaus. Es ist schon weit, ne? Also wir sind wirklich weit gelaufen. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Und dann ist es noch so ärgerlicher, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. So zwei Dörfer gefunden. Was ist das denn für ein Baum, Alter? Alter. Was haben sie denn mit dem? Was haben sie denn mit dem gemacht? Wir haben gerade gespielt. Aber die sind alle so. Aber ne. Ja. Die ist so ein bisschen normal. Ja, aber da hinten. Da sind auch wieder solche. What the fuck? Oh, ist die oben, okay. Hä? Also gibt es jetzt Birkenwälder mit so fetten, übertriebenen hohen Stämmen? Und Birkenwälder mit so normalen oder was? Wann hinter uns? Wegen in der Insel. Ja. Ja, was ist denn? Wann gibt es denn sowas? Also so große Bäume haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Also Birkenbäume? Ja, ich auch nicht. Also, und ich habe schon sehr viel im Minecraft gesehen, nämlich gar nichts. Ähm. Deswegen, also ich verstehe das gerade gar nicht so. Warum? Da unten ist eine Höhle drin, ne? Hier. Ach, nein. Oh, TNT. Weg, 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 weg. Auf deine Maid. So, weiter geht's. Ich fick dich in den Arsch. Okay. 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 Geil, geht's immer noch da, Alter. Wann bleiben wir noch so lange? Wartet. Seelig auf uns. Das könnte noch dauern. So. Hüpf. Also wir waren noch so lange, bis wir zu Hause sind. Hüpf. Welt angelegt haben und unser Inventär ausgemacht. Äh, ja, ausgemacht. Genau, ausgemacht. Also so lange spiele ich auf jeden Fall auch noch. Also ich will nicht, dass wir nächstes Mal wieder anfangen, wiederlaufen, Alter. Nee, also auf gar keinen Fall, Jan. Also das ziehen wir jetzt heute durch. Also Ziel jetzt noch nach Hause. Feld fertig machen mit unseren Samen. Genau. Mit da ausleeren und dann ist, können wir auch. Genau, und beim nächsten Mal bauen wir dann die, den, äh, den Kuhstall. Und Schweinestall und so einen ganzen Kram. Äh, ja, und dann müssen wir uns noch um die Verschönerung unserer, unser Gebiet da kümmern, ne? Wir wollten das ja alles wahrscheinlich noch ein bisschen absetzen. Boah, das wird sowieso noch so ein Problem, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Ja? Weil wir kümmern schon. Haben wir uns nämlich, ja, das eine Mal aus Stube unterhalten, Leute. Wir haben am Anfang nicht richtig überlegt, dass wir das Gebiet auf die, also unsere Häuser und sowas auf das richtige Höhe abgesetzt haben. Aber gut. Vielleicht sieht es auch gar nicht so schlecht aus, wenn wir beigehen und das alle so ein bisschen, äh, unterschiedliche Höhen haben. Ja? Ja. Muss man einfach mal, Alter, wie viele Hasen hier sind. Wenn es noch eine Prüder-Miete. Ja, wollen wir mal gucken wieder. Oh, wir haben schon Tag 80. Wodan siehst du das? Äh, in der, wenn du, ja, F3 drückst, aber kannst du das glaube ich nicht. Da steht da, 380 in Klammern. Difficulty 1,13. 3, dann über das mit Klammern, nochmal 0,00 und dann in Klammern. Das ist schon übel, Alter. Und der Server, ja, wollen wir jetzt hier reingehen oder nicht? Aber Eingang so. Hier ist der Eingang bei mir. Oder? Da drin. Wo ist die Druckplatte? Unten. Ui. Au. Lass du da einfach runter. Du musst nicht drauf fallen, ne? Dann mach die erstmal weg. Dann komm ich runter. Ganz rach, Chef. Oh, Knochen, noch eine eiserne Pferderüstung. Und einen Sattel, jawohl. Ich hab eine eiserne Pferderüstung bekommen. Jawohl. Brauchen wir nur noch einen Sattel, dann können wir uns ein paar Pferde holen. Hehehe. So. Ist jetzt noch Knochen drin? Da ist noch eine eiserne Pferderüstung. Ja, nehm ich auch mit, ne? Oder zwei Buch hab ich gekriegt. Noch mehr Knochen drin? Oh, hier sind Ziegeltreppen drin. Die hast du gerade reingelegt, ich weiß, aber die nehm ich mit. Volt ist hier noch drin. Was denn zerfatz? Köder 2, wofür ist das denn? Für ne Angel. Kannst du auch angeln. Also. So, was will ich denn leckere Fischis holen? Ja. 18 TNT einfach mal. Ja, alles klar. Toll, ich komm nicht nach oben. Ich hab nichts zum Hochbauen. Ja, ich bin sonst nach oben. Na gut. Ja, gut. Achtung. Ich fühl mich voll schnell. Deswegen musst du immer in Wasser einmal dabei haben. Ja, eigentlich total schlau, weil es ging jetzt auch schneller wie hochbauen. Ja. Also, hab ich auch noch nie gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert, dass du das wegnehmen kannst und ganz schnell wieder neu setzen kannst und dadurch in dem Sinne weiter nach oben kommst. Ich hätte klar, man würde runterfallen. Ja, praktisch kannst du auch aus einer Höhe von 1000 Blöcken einfach runterspringen, wenn du ein Wasser einmal dabei hast. Wenn du kurz davor, bevor du aufstehst, das Wasser dahin machst. Ja. Überlebst du oder was? Ja. Okay. Du kriegst ja keinen Schaden im Wasser. Ja, ja, genau. Aber ich hätte klar, das wird nicht funktionieren, weil das kein... Ja, weil du in dem Augenblick dir ein Objekt setzt. Ja. Er muss halt schnell genug sein. Gibt's eigentlich auch einen Gegenstand, wo du keinen Schaden durchbekommst, wenn du da aufkommst? Nein, ne? So, wenn du Wolle nimmst? Ne, Wolle wird als feste Objekt gezählt, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, diese Springblöcke, diese Slime-Blöcke oder so. Weiß jetzt nicht, aber ich glaube, da hat man auf der Adventure-Map auch Schaden gekriegt, oder? Ich glaube ja. Äh, was ist denn das jetzt hier, Jan? In Schwimmen. Also, Bootfahrt. Machst du ein Boot? Ja, ich suche mal die Spürstung weg. Ich brauch mal zwei Boote für uns. Ja. Eins liegt da, bei der Weltbank. So, dann müssen wir hier diese Richtung. Oh, scheiße. Ich hab das Schiff, ich hab das Boot verlassen. Wo musst du hin? Ja. Wie ist man denn jetzt schnell gefahren? STRG oder nicht? Okay. TNT, ich hau dir aufs Maul. Megageil. Ich mag das Boot fahren hier in dem Spiel jetzt. Ja. Wenn man die Arme noch sehen würde, wenn der paddeln würde, Alter, das wäre auch episch. Und jetzt müssen wir nach rechts. Rechts, dann bieg ab. Rechte Seite. War noch gut. 1200 Blöcke. Mehr nicht. Na gut, wenn wir jetzt hier weiter auf dem Wasser sind, dann geht's ja ruckidizuck. Ja. Ruckidizucki. Also, dann ist es ja überhaupt gar kein Thema, nach Hause zu kommen. Da kommt das Sandgebiet. Ich glaube, das ist da, wo wir abgebaut haben, ne? Könnte ungefähr passen. Aber wir sind doch komplett drumherum gelaufen, oder nicht? Keine Ahnung. Wir sind ja jetzt auch irgendwie so außen rum gelaufen und dann nochmal fair wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir fahren hier außen herum, oder? Weil hier geht's weiter, Jan. Eigentlich müssen wir noch weiter nach rechts. Nach rechts, Jan. Lass uns doch umdrehen. Ja. Alter, voll geil, das Boot. Also, ich mag das Boot. Voll geil. Dann lass uns ruhig weiter rechts fahren. Umso weniger müssen wir laufen. Also, für die Zuschauer, glaube ich, wird's auch bald Zeit, dass wir eigentlich ankommen, Jan. Ja. Ja. Aber gut, wir haben ja auch gelernt. Also, man muss ja auch mal sagen, wo wir unser Gebiet gesucht haben, haben wir die Leute auch geschrieben, dass es denen überhaupt gar nicht gestört hat, dass wir so lange gesucht haben. Also, wir hatten ja schon die Para, dass wir die Folgen wegschmeißen wollten, die ersten Folgen. Ja. Ja, lassen wir das Boot. Oder ein bisschen trotzdem jetzt hier, ja. Ja, Boot lassen wir hier, ne? Weil eigentlich sollte nichts mehr kommen. So, nee, wir waren mit hier. Nee, ich hab keinen Platz mehr. Kannst du das Stapeln? Nimm mit. Äh, ne. Ich schmeiß Kohle rein. Ja, gut. Also, da haben wir ja uns auch viel zu viele Gedanken drüber gemacht gehabt. Ja. Das erste Mal. Also. Okay, hier sollten wir uns merken, hier haben wir schon mal Schafe, Kühe, Hühner. Wenn das nicht so weit von zu Hause weg ist. Hm. 800 Blöcke. Boah. Okay, dann hab ich nichts gesagt. Äh, wir haben hier keine Hühner, keine Schafe und keine Kühe gehabt. Hä? 800 Blöcke noch, Alter. Boah. Wie viel sind wir ungefähr gelaufen? 5000? Also wir waren bei 6000 irgendwas. Insgesamt? Wir müssen, ne, also von einer Koordinate, will ich jetzt aus, also von Koordinate X, müssen für, müssen wir zu 1200 und wir waren eben was bei 6500 irgendwas. Okay, also waren es gut 5000 Blöcke, die wir weg waren. Laufen oder fahren? Okay, das war schon wieder. Wir müssen jetzt eigentlich weiter rechts, also. Äh, ich brauche auch ein Boot. Äh, Hilfe. Äh, erst schlafen oder weiterfahren? Weiterfahren. Okay, dann fahr. Alter, was für ein Pottnebel. Okay, hört auf. Äh, E drücken. Äh, fackeln in der Hand. Weiterfahren. So, ich habe die Fackeln nämlich in der Hand genommen, dass ich hier ein bisschen Licht habe. Was ich an Minecraft absolut geil finde, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber mit Shader finde ich das zum Beispiel. Äh, hier nimmst du meins auch mit? Ja. Äh, absolut episch, wenn man, äh, nachts rumfährt und dann kommt auf einmal ein Pottnebel. Einmal so Lava. Ja. Äh, das liebe ich einfach in diesem Spiel. Also, keine Ahnung, also, feiere ich einfach zu Tode. Na, ich glaube, wir hätten im Boot sitzen bleiben können. Egal. Egal, egal. Egal, egal. Sind ja gleich da. Ja. 100 Blöcke. Ja. Also, das, das muss ich schon sagen, also, da hat Minecraft, keine Ahnung, gerade mit diesen Shadern von, von Zeus oder das, was wir jetzt benutzen, da ist das schon echt ziemlich geil. Opfer. Opfer. Richtig kaschiert, Junge. Ich bin schon wieder Level 30, Alter. 36. Ficker. Immer willst du besser sein, wie ich. Aber ich muss heute sagen, wo ich heute Battlefield geguckt habe, 1, hatte ich so mega Bock auf Battlefield 4. Okay. Keine Ahnung, warum. Ich habe auch wieder ein bisschen gespielt. 1 gegen 1. 2. Ah, es macht schon Spaß, aber man hat, ich habe es halt totgezockt, ne? 700 Stunden ist halt nicht wenig. Nö. So, eigentlich können wir jetzt hier so durchrennen. Oh, wir haben jetzt keinen Streamshot machen. Meinst du echt? Ja. Ist dir sicher? Ja. Okay. Hallo. Dann würde ich erstmal die Fackel außerhand nehmen, weil das nervt mich nämlich. So, weiter geht's. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, jo, oh, jo, oh, jo, oh, jo. Ah. Ah. Ah, ja. Baby, komm. Nein, jetzt können wir hochspringen. In oben. Ja. Okay, weiter geht's. Ja, wir sagen schon wieder vielen Dank fürs Einschalten hier bei Minecraft. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.